Was geht ab, Leute? 4BRO Vlogs in the building! Bis zum Scheidtabla! Ein bisschen Roller, Hühnchen, Pizza... Hast du einen Zopfgummi? Nee. Hast du einen Zopfgummi? Hi, ähm... Ich bin erst gegangen. Ich bin Niele! Alles klar, Leute! Mach dir mal ein Ding. Ja? Ja, das war's. Wenn du den Bros und Sis jetzt einen Tipp geben könntest, ne? Wirklich einen Tipp für deren Leben, was würdest du sagen? Macht das, was euch glücklich macht, um jeden Preis, solange ihr damit niemand anderem schadet. Sei nicht auf der Suche nach dir selbst. Seid du selbst. Seid nicht auf der Suche nach euch selbst. Seid ihr selbst. Ganz einfach. So ist das. Viele Leute suchen den Weg, aber vergessen sich selbst. Lauf nicht immer mit dem Strom, sondern, keine Ahnung, geh deinen eigenen Weg. Egal wie viel Held du bekommst, versuch dir treu zu bleiben. Ich hab fast gewaltt. Ja. Vertraut niemals einem Menschen, den ihr nicht richtig kennt. Ey, der ist scheiße, der Lass. Keine Schwäche zeigen. Wenn du dich selbst besiegst, besiegst du alle deine Gegner. Besiege dich selbst. Du musst dich immer durchdribbeln, du musst immer lächeln, immer so vortäuschen, als wärst du lieb. Nein, ich mein's ernst. Okay, das ist also dein Tipp für alle Browses? Ja, genau. Ich glaube es ist simpel, aber es zieht schon, dass vor allem nicht alles ist im Leben. Was hast du heute schon so gegessen? Warte mal. Leute, der eine oder andere wird das ja schon verfolgt haben. Unsere Reels, unsere Cerealien sind jetzt auf dem Markt. Wer es noch nicht weiß, weiß es jetzt. Unbedingt kaufen gehen, überall erhältlich, unnormal lecker. Und passend dazu drehen wir halt ein paar Werbespots. Wir legen natürlich sehr großen Wert darauf, dass das alles in unserem Forb Row House, in unseren eigenen 50.000 Wänden passiert. Ja, wir haben dementsprechend ein Set hier aufgebaut. Ist natürlich alles gerade extremst sauber und gar nicht zugemüllt. Wir gehen jetzt mal in den Lagermitarbeiter merken. Das ist mein absolutes Schätzchen im Lager, muss man erstmal so sagen. Der Waisy. Schmeckt? Gut. Hey, der wird Vater. Gratuliere mal. Ehrlich, Schätz, Bruder? Lass dich umarmen. Waisy wird Papa. Zack, erste Foto. Willkommen auf der Vaterseite. Ey, Wallah. Ich küsse dein Herz. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. So sieht dein glücklicher Mann aus. Gina, Gina. Wir geben den Bros und Sis so Weisheiten oder Tipps fürs Leben mit. So eine Weisheit, die den Bro oder die Sis begleiten kann im Leben. Hast du irgendwas auf Lager, was du denen sagen könntest? Nein. Gar nichts? Gar nichts? Auch nicht? Sag immer du selbst oder so oder irgendwas? Ist nichts anderes als real. Guck mal. Sei wie ein Schwamm. Und wenn Wasser kommt, saug es auf. Bruder, das für EC-Karte, das für Master-Karte und das für American Express, man. Elicit, Bruder. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.